Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur Teil 2 von der BHS-Matura, dieses Mal zur HTL. Die HTL ist in zwei Cluster unterteilt, was die BHS-Matura betrifft. Ich werde mit Teil 2 jetzt gleich beide Cluster abdecken, da nur Aufgabe 8 sich unterscheidet. Das heißt, Aufgabe 8 wäre, also als erstes würde quasi von der HTL Cluster 1 das Beispiel durchgerechnet werden und das Zweite ist dann vom zweiten Cluster, im zweiten Cluster ist eben Informatik, Maschinenbau und so weiter. Cluster 1 wäre zum Beispiel Hoch- und Tiefbau. Aber das wisst ihr am besten, so was ihr im Cluster hier dazugehört. Das heißt, Aufgabe 8 unterscheidet sich dann und da müsst ihr euch dann eben, könnt ihr es skippen in den Timenodes, sondern ne, die passenden Teile drinnen und geht es dann einfach zu dem Teil, der für euch passt. Aber sei es, wie es sei, fahren wir mit Aufgabe 6 an, die ist ja noch für beide HTLs die gleiche. Der Nussknacker. Nussknacker sind Werkzeuge zum Öffnen von Nüssen. Danke für diese Information. Ein Nussknacker ist in Abbildung 2 modellhaft dargestellt. Das ist der Nussknacker, also links ist der eigentliche Nussknacker und das ist aber ein Modell davon, wo eben Kräfte anzeichnet sind. Und unsere Aufgabe ist jetzt die folgende. Stellen Sie mit Hilfe von der Kraft FA und der Kraft FB eine Formel zur Berechnung des Winkels auf. Ihr müsst da natürlich wissen, wie der Winkel ausschaut. Dann machen wir mal schnell die Angemalung dazu, dass wir uns auskennen. Dazu brauche ich die Formelsammlung. Das habe ich aber jetzt gerade so gemacht. Gut, dann müssen wir eben auswendig wissen, wie das ausschaut. Wobei, ich brauche die Formelsammlung dann noch. Dann machen wir es ganz schnell auf. Da ist die Formelsammlung. Gut, Formelsammlung. Das heißt, wir müssen wissen, wie schaut der Winkel aus. Das heißt, ich suche einfach mal so schnell nach Winkel. Es sind nur vier Treffer. Das ist einmal der Winkel im Bogen, was du da. Und das ist der Winkel, den man sucht. Das heißt, ich habe zwei Vektoren. Das heißt, im Allgemeinen schaut das irgendwie dann so aus. Ich habe im Prinzip zwei Vektoren. Ich zeichne das da jetzt einmal neben einmal hin. Ich habe also einen Vektor A und einen Vektor B. Und der Winkel da, der interessiert mich. Und auf den Winkel komme ich eben auf den Cosinus, oder der Cosinus Alpha. Das ist nichts anderes als das Skalarprodukt von den zwei Winkeln da. Durch den Betrag von den zwei Winkeln. B. Gut. Und das ist eben das, was ich jetzt wissen muss, damit ich da überhaupt einmal was machen kann. Weil das ist jetzt gar nicht so easy. Da habe ich jetzt eine Situation, dass eben zwei Kräfte quasi normal, ich kann ja die Kräfte ja da herzeichnen. Das war mal so der erste Schritt. Wenn ich die Kräfte jetzt da herzeige, sehe ich, die stehen normal auf die eigentlichen Vektoren, die ich suche. Von dem her, ich soll ja mit F A und F B arbeiten. Ist es auch egal, ob ich jetzt mit F A und F B oder eben mit den eigentlichen Vektoren da arbeite, dass ich ja normal aufeinander stehe. Wenn ich dann quasi den Normalvektor von F A und F B nehmen würde, würde ich jeweils vom Bein die Normalvektoren nehmen. Das heißt, ich würde zum Beispiel die Rechtskippregel verwenden und dann würde ich X und Y vertauschen und Y dann mal minus 1 rechnen in dem Fall. Und das ändert dann nichts am Skalarprodukt beziehungsweise am Betrag von dem Vektor. Von dem her ist es egal, ob ich da jetzt mit Normalvektor oder mit den eigentlichen Vektoren, also mit den eigentlichen Vektoren, die ich suche, oder mit dem Normalvektor auf die rechne, also mit F A und F B. Das ist doch wurscht. Jetzt habe ich aber eine folgende Situation. Jetzt schaut mal, jetzt schauen die zwei Pfeile irgendwie aufeinander. Das heißt, ich habe jetzt so eine Situation. Ich habe die aber gerne die Situation da oben. Wie kann ich die jetzt erreichen? Na ja, ich kann da mal hergehen und sagen, ich schiebe mal den Vektor, also der Vektor da ist F B, einfach auf. So, das darf ich ja machen. Ich darf Vektoren ja, deshalb habe ich das da ja auch gemacht, beliebig verschieben. Solange sie bleiben noch immer. Sie müssen nur die Orientierung gleich bleiben, eben die Richtung, in die sie schauen. Und dann ist es der gleiche Vektor, egal wo in Hinzeichen. Das habe ich ganz am Anfang vom Vektor erklärt. Das heißt, der rote Vektor ist genau der gleiche, wie der um die Länge bleibt auch gleich. Gut, jetzt schaut das schon ein bisschen eher aus, wie das, was ich da suche, ist aber noch immer nicht ganz das Gleiche. Aber wenn ich jetzt her schaue, der Vektor F A da, durch Spitzen, schaut jetzt da zum Schaft hin. Aber quasi, die zwei Spitzen sollten beide wegschauen, so wie es da ist und die Schäfte sollten sich berühren. Das heißt, schauen wir uns einmal an, was wir da machen müssen. Ich verwende jetzt die Farbe da. Jetzt müssen wir quasi den Vektor da einfach umdrehen. Wenn wir da dann so wieder A rot nehmen, nehmen wir da rot. Das heißt, ich sollte quasi den Vektor da, der Vektor F A, sollte ich umdrehen. Und wie schaffe ich es, dass der Vektor jetzt quasi in die andere Richtung schaut? Ich rechne einfach mal minus 1. Dann ändert sich die Orientierung, dann schaut er genau in die andere Richtung. Und dann habe ich schon genau das, was ich da suche. Und dann ist der Winkel, den die beide einschließen, genau der gesuchte. Und genau das muss ich eben jetzt da auf eine Formel ummünzen. Grundsätzlich nehme ich natürlich genau die Formel, die ich da drüben habe. Das heißt, ich habe jetzt halt Alpha, das heißt, ich brauche einen Cosinus oder den Arcus Cosinus. Ich schreibe jetzt Arcus. Und wenn ich das jetzt habe, gebe ich eben genau da die Formel an. Was für Vektoren habe ich jetzt? Aufpassen, ich habe jetzt nicht f von a, ich habe jetzt minus f von a, damit er genau andere Orientierung hat, mal f von b, der bleibt ja gleich. Durch jetzt den Betrag von den zwei Vektoren. Betrag vom Vektor f von a, mal Betrag vom Vektor f von b. Und eben der Arcus Cosinus und die zwei Freunde ist einem genau der gesuchte Winkel. Ist doch eben jetzt gar nicht so leicht, wenn man das im Allgemeinen überlegen muss. Wenn das jetzt irgendwie mit Sohlen wäre, dann könnte man sich ein bisschen spülen, rechnen mit das Maus, ich auch, okay, scheiße, der Winkel ist jetzt größer, der größere Winkel. Ich will aber den kleineren haben, also ich kann ja da das Minus da weglassen zum Beispiel und einfach 180 minus das Rechnen, was da rauskommt. Das wäre ja so ein Bild, dann der rechnerische Ansatz, so durchprobieren. Aber durch überlegen würde ich eher diese Variante dann bevorzugen. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar. Ist es gar nicht so leicht. Muss man sich vielleicht ein bisschen durchdenken, damit man da auf das kommt. Gut. Punkt 1 wäre erledigt. Punkt 2 ist jetzt folgendes. Wir haben jetzt für f und a einen Vektor gegeben, der ist 10 minus 24 und wir hätten jetzt gerne einen Einheitsvektor. Dazu muss ich eben wissen, was eben der Einheitsvektor ist, wie ich mir auf den Einheitsvektor komme. Ich gehe mal davon aus, dass das da irgendwo steht. Genau. Auf den Einheitsvektor komme ich, indem ich einfach den Vektor mal skalar 1 durch eben den Betrag von dem Vektor rechne. Das heißt, ich brauche einmal sozusagen den Betrag von dem Vektor. Wie komme ich auf den Betrag von dem Vektor? Ihr könnt jetzt auch nachschauen, aber ich möchte jetzt nicht alles mit euch nachschauen. Der Betrag von Vektor f und a ist nichts anderes als die Wurzel aus den einzelnen Komponenten zum Quadrat. Das heißt, 10 zum Quadrat plus minus 24 zum Quadrat und das wäre quasi eben der Betrag. Und wenn ich jetzt da hergehe, ups, das will ich jetzt nicht. Da wollen wir her. Das heißt, wir nehmen die Wurzel und jetzt sagen wir 10 hoch 2 plus, ja, kein Minus schreiben, du jetzt aber nicht, 24 hoch 2 bis alles zum Quadrat wird ja positiv und dann kommt da 26 aus. Das heißt, der Betrag von f von a ist 26 und jetzt, wie komme ich jetzt auf den Einheitsvektor? Ich rechne jetzt quasi 1 durch 26, genau die Formel angewendet, mal m, den Vektor f von a, den ich da habe. Sprich, was kommt dann außer? Ich habe dann einfach 10, 26 mal, also, und dann im y-Bereich minus 24, 26. Ihr könnt jetzt auch noch kürzen, muss jetzt nicht. Ach, lassen wir es, das heißt, ich habe 10, 26 und habe minus 24, 26. 26, wenn ich kürze, sind natürlich noch immer genau der gleiche Vektor, der wäre parallel, das wäre eben der gleiche, aber so hätte ich eben den Einheitsvektor jetzt. Ist er erledigt. Passt. Dann auf zum nächsten. So, folgt mir jetzt gerade noch ein, auf den wir aufpassen müssen. Gut, dass ich jetzt gerade noch schaue, wir haben nämlich noch mit dem Vorzeichen noch ein kleines Problem und zwar schaut es einmal genau her, f von c schaut in eine andere Richtung, der schaut so auf, und der f von a schaut so obi. Das ist jetzt noch ein kleines Problem, das wir noch lösen müssen. Das heißt, vor allem muss ich ja noch, weil ich mich halt hier den Einheitsvektor von, muss man noch aufpassen, dass ich jetzt dann richtig unterwegs bin. Nein, passt, das ist jetzt unser nächstes Problem, was wir machen. Sorry. Das heißt, das passt einmal. Sorry, ist erledigt. Gut, f von a. Jetzt schauen, Schritt weiter. Weil jetzt müssen wir ein bisschen mit der Orientierung aufpassen, beim Dreier. Das ist quasi schon ein bisschen vorgegriffen. Das war jetzt Nummer 2. Bei Nummer 3 gehen wir jetzt her und da geht es um folgendes. Wir haben jetzt gegeben, dass der Betrag von f von c, der Vektor, den ich eigentlich suche, da habe ich jetzt gerade mit einem Gedanken schon beim nächsten Beispiel war, ist, wir kennen ja jetzt den Betrag, der ist 65 Newton. Was ich jetzt aber gern hätte, wäre der Vektor f von c, das heißt der da. Und jetzt kann ich quasi den Vektor f von a verwenden, weil d2 werden parallel, wenn f von a nur m oder f von c genau in die andere Richtung schauen wird. Das heißt, f von a muss halt quasi nur so nach oben schauen. Das heißt, ich müsste ihn wieder drehen. Und wie kann ich f von a drehen? Indem ich einfach das ganze mal minus 1 rechne. Dann werden d2 sozusagen parallel. Und ich nutze jetzt eben das Wissen von vorher, was ich gehabt habe, weil d2 Vektoren im Parallel sind, komme ich eben so auf f von c. Ich muss irgendwie auf beide Koordinaten kommen, indem ich einfach hergehe und sage, gut, f von a ist ja gleichzeitig, wenn ich genau umdrehe, also der Einheitsvektor, den ich da habe, quasi e a, der Vektor ist, wenn ich den mal minus 1 rechne, dann habe ich genau einen Vektor, der in die gleiche Richtung wie f von c schaut und parallel ist und quasi auch gleichzeitig der Einheitsvektor von f von c ist. Das heißt, umgekehrt komme ich jetzt auf f von c, indem ich einfach meinen Einheitsvektor, den ich habe, also der e a, mal den Betrag von f von c rechne. Jetzt ziehe ich ihn quasi in die Länge, dann komme ich wieder auf den richtigen Vektor. Das heißt, ich habe da quasi die Orientierung von dem Vektor und jetzt rechne ich dann mal den Betrag, um dann auf den richtigen Vektor zu kommen. Das heißt, ich gehe einfach her und rechne quasi 10, 26, minus 24, 26, muss jetzt aber aufpassen. Ich habe das jetzt hier mal minus 1, das heißt, ich habe da plus und da minus, mal m jetzt die 65, die ich da habe. Gut, und jetzt rechne ich mir das einfach quasi aus und wenn ich mir das jetzt ausrechne, komme ich dann da auf 10, 65, das ist dann minus 25 und da habe ich m 24 mal 65, so sieht es aus, 24 mal 65 durch 60, das wäre dann eben quasi, habe ich jetzt gar nicht vorher drinnen? Nein, bitte, ich habe jetzt 24, 26, nochmal von vorn, das heißt, ich habe 24, 26 mal 60, so ist es richtig. Na, wenn ich mir Plätze habe ich jetzt nochmal drinnen, schauen wir da nochmal her, ich habe da 24 und mein Ding ist 65, das würde aber eigentlich passen, jetzt schauen wir uns nochmal den Oberring an, ich habe da quasi 10, 26, also ich habe 10, 26 mal 65, das ist 25, das passt, also minus 25 und irgendwo habe ich jetzt natürlich einen Scheiß drin, aber da habe ich jetzt 24 mal 65, 24 mal 65 durch 26, jetzt passt 60, sorry für den Verzug jetzt, aber wie ich vorhin schon gesagt, im letzten Video, wir machen natürlich alles live, das heißt, da können mal kleine Hocker 2 drinnen sein, das heißt 60, das heißt minus 25, ist dann quasi der Vektor minus 25, 60, gut, damit hätte ich dann M A diesen Vektor da, den F von C, und wir schauen weiter zu Nummer B, in der nachstehenden Abbildung ist der Querschnitt einer Walnuss modellhaft dargestellt, die Schale der Walnuss entsteht durch Rotation der grau markierten Fläche, das ist ein Rotationskörper, durch die x-Achse hoch, gut, wir wissen, G von x schaut so aus, H von x schaut so aus, wobei wir A da nicht kennen, wir sollen jetzt folgendes machen, zeigen Sie, dass die Länge L dieser Walnuss mehr als 4 cm beträgt, das heißt, die Länge ist genau das da, wenn ich die Funktion G hernehme, das sind meine Nullstellen, die ich habe, das heißt, ich werde mir mal geschickterweise die Nullstellen anschauen von G von x, das heißt, ich setze G von x einfach einmal Null und schaue einmal, was da rauskommt, das heißt, ich sage Solve und habe jetzt Minus 0,034 mal x hoch 4 Minus 0,19 mal x zum Quadrat plus 1,5 ist 0 und man schaut einmal, was da rauskommt und man sieht jetzt schon, die Funktion ist ja symmetrisch, das heißt, ich habe asymmetrische Nullstellen, ich habe Minus 2,1 und Plus 2,1 das heißt, ich habe x1 ist ungefähr Minus 2,1 beziehungsweise die andere Nullstelle oder und das ist mx2 ist Plus 2,1 und das sind eben quasi die Nullstellen, die ich habe und wenn ich jetzt hergehe und die zwei einfach addiere, die zwei Nullstellen, dann kriege ich meine Länge, mein L das heißt, oder ich rechne einfach 2,1 mal 2 und dann kommt m außer 4,2 und das ist m größer als 4 und damit bin ich glücklich und habe noch gewiesen, dass das m mehr als 4 cm sind. Gut, als nächstes. An der Stelle x ist 0 beträgt die Dicke, der war ja noch schade, das ist m da, da ist die Dicke m 1,7 das war 7, gut, Millimeter, muss man aufpassen, weil da ist ja von Zentimeter sonst die Rede. 1,7 Millimeter und wir sollen uns jetzt das A da ausrechnen, das heißt, das H da, das interessiert mich jetzt da und wie komme ich auf das? Naja, ich gehe einfach von 1,5 quasi 1,7 Millimeter nach unten und dann komme ich genau da her. Das heißt, ich komme auf A, indem ich 1,5 Zentimeter, Achtung, minus die Millimeter rechne, also minus 0,17 und wenn ich das mache, dann komme ich eben auf 1,33 Zentimeter und das ist eben genau unser A. Nummer 3, ordnen Sie den beiden Volumen jeweils die zutreffende Formel von A bis D zu? Jetzt muss ich natürlich wissen, bei Rotationskörper, haben wir die da drinnen, Rotation, das Körper, haben wir da sogar, super, danke, Rotation, geil, das heißt, ja, ja, da haben wir es jetzt, wie so ein Rotationsvolumen ausschaut, es kommt eben immer darauf an, um was rotiere ich, rotiere ich um die x-Achse oder um die y-Achse, in dem Fall wird es eine Rotation um die x-Achse, das heißt, ich habe irgendwas mit b mal Grenzen, y, das heißt in dem Fall g von x, h von x zum Quadrat d x und da muss ich jetzt irgendwie dann das passende mal auserziehen. Und wenn wir da jetzt schauen, ich hätte jetzt als erstes einmal gern das innere Volumen von unserer Walnuss ohne Schale und das innere Volumen kriege ich, indem ich einfach h rotiere, dann kriege ich quasi das innere Volumen der Walnuss. Das heißt, ich muss mir jetzt irgendwie mal anschauen, habe ich da irgendwie was mit h? Mich interessiert eigentlich dann am Ende des Tages nur h. Und wenn ich da ein bisschen schaue, sehe ich gut, da ist immer g, h, g, h, g h im Spiel. Das heißt, eigentlich kommen fast nur 10 Fragen und jetzt müssen wir uns nur überlegen, ob das irgendwie passt. Meine Grenzen sind 0 bis b, das macht Sinn für die Funktion h und ich habe m 2 mal das, das macht a Sinn, weil ich ja quasi das Doppelte von dem brauche und ich habe b mal Grenzen h x Quadrat und das passt genau mit der Formel da zusammen und c ist damit das richtig. m 2 mal, denkt dran, weil ich m 0 bis b hatte, ich könnte minus b bis b nehmen mit ag n und dann m ohne mal 2, aber sie haben sich für diese Variante entschieden. Gut, dann kriege ich da einmal das Rotatoren. und jetzt wird es immer ein bisschen schwieriger, weil jetzt hätte ich ein Volumen der Walnussschale, das heißt, jetzt interessiert mich quasi nur der graue Bereich da und jetzt ist es eben genau das, was ich sage, obere minus untere Funktion, das heißt, ich brauche auf alle Fälle irgendwas, wo g x minus h x ist und wenn wir uns da zum Beispiel mal a anschauen, ich gehe von minus c bis c, dann habe ich g, dann ziehe ich die kleinere Funktion ab, minus b bis b h, das macht a Sinn, ich rechne die Funktionen jeweils zum Quadrat, d x mal b, zum Quadrat d x b, schaut ganz gut aus und somit ist a dann das Richtige. Also ich rechne quasi das Volumen von g aus, das Volumen von h aus und ziehe ich die dann voneinander ab. Nichts anderes mache ich da und das ist genau das, was ich da brauche. Größeres Volumen minus kleineres Volumen ergibt dann genau die Fläche, die eben von der Walnussschale ist. Alles andere ist dann eben nicht das passende, da passt eben der Aufbau der Formel, ich weiß nicht. Gut, dann haben wir da das Reile nicht, kommen zu b. In einer Studie wurde die zeitliche Entwicklung des Holzvolumens einer bestimmten Walnussplantage ermittelt. In der nachstehenden Abbildung ist die momentane Änderungsrate, Achtung, aufpassen, das heißt, das ist V', steht sogar da, des Holzvolumens als Graf der Funktion V', mit dem Hochpunkt h dargestellt. Gut. T ist die Zeit ab Beginn der Studie in Jahren, V' von T die momentane Änderungsrate des Holzvolumens. Kreuzen Sie die zutreffenden Aussagen über die zugehörige Stammfunktion V für das Zeitintervall an. Denkst du wieder an die New-Regel, das heißt, wir sind da jetzt hier in der Obleitung unterwegs, das heißt, Nullstellen werden dann eben zu extremer werden, extremer werden dann eben zu Wendestellen, werden. Das H ist, das schreit schrägend wieder nach, dass das vielleicht irgendwas Wichtiges sein kann. Aber schauen wir mal, ob es wirklich von Bedeutung ist oder M, ob es für uns nicht von Bedeutung ist. Gut. Schauen wir mal. Die erste Aussage, V, also V hat bei Test 8 einen Hochpunkt. Ich rede jetzt von der Stammfunktion, aufpassen. Das stimmt eben nicht. Achtung, das ist kein Hochpunkt, das wäre immer Wendepunkt. V ist monoton fallend, das kann ich natürlich auch aus einer Ableitung auslesen. Wenn ich da V' habe, und das ist immer positiv, V', V' sagt mir nichts anderes, die gibt mir quasi die Information, wie schaut meine Funktion V aus. Wenn V' positiv ist, dann ist V immer steigend. Ist V' negativ, ist V fallend. Und wenn man da jetzt schaut, V' ist positiv, das heißt, das kann ich im Fallen auslesen, ist meine Funktion jetzt fallend oder steigend, oder wo ist meine Funktion fallend oder steigend. Und da ist das immer positiv, das V', das heißt, V ist immer steigend, egal wo ich bin, es wird dann so ein bisschen flacher, das heißt, es steigt dann zwar weniger, aber es ist immer steigend. Das war dann da am Wendepunkt, es flacht dann ein bisschen mehr ab. Das heißt, Blödsinn und fallend, falsch, man sieht, es geht übrigens von 0 bis 100, das heißt, du hast das Ganze einfach in Betrachtung, das heißt, es ist durchgängig steigend. V hat an der Stelle, D ist auch die kleinste Steigung, das stimmt nicht, ich habe gerade die größte Steigung, denkt es dann, am Wendepunkt hat man immer, das kann euch auch mal helfen, hat man immer die größte Steigung oder das größte Gefälle, da ist es gerade am meisten, das heißt, es ist A-Blödsinn. V ist monoton steigend, genau das ist es, wir sind nämlich immer positiv, das heißt, es ist immer steigend. Und somit ist das dann das Richtige, die Information, die ich brauche und das Letzte, wäre es negativ gekrümmt, da habe ich gar keine Krümmung, weil da wäre mein Wendepunkt. Das heißt, da hätte ich Krümmung null, da brauche ich mir um das gar keine Gedanken machen, mir ist auch plötzlich das Letzte. Ermitteln Sie näherungsweise an dem Flächeninhalt zwischen dem Graphen V' und der Zeitachse X, das heißt, mir interessiert da die Fläche von dem da, und zwar die Fläche von 50, von da bis 80, bis da her. Wir haben V', das heißt, die Fläche unter der Funktion, das Integral davon wäre eben genau, das was ich brauche, wäre eben genau mein Volumen, eben die Fläche davon. Und das steht auch da, wie wir quasi die Fläche unter der Funktion berechnen. Und wenn wir jetzt hier schauen, ja, das ist jetzt nicht so einfach, ob und so kommt einem dann ja schöne Sachen aus, aber es dann so geradlinig, so spitz verlauft, dass dann eben ein rechtwinkliges Dreieck auskommt, oder eben, ja, Rechteck oder sowas, kann ich da auch irgendwie erreichen, weil wir können das da jetzt so unterteilen, seht's, dann hätte ich da ein rechtwinkliges Dreieck und da ein Rechteck, oder, ich beachte, oder ich schaue mir das große Ganze an und sehe, dass das da ein Trapez ist, das ist jetzt noch die, die Pro-Variante, das ist dann die, wo man sagt, ja, dann bin ich schon cool, daraufhände ich das ich, ich meine, jetzt vielleicht ein bisschen stahl, aber so schaut das Ganze ungefähr aus, ne, und die Länge kann ich jetzt hier auch auslesen, ich habe da 50 bis 80, das heißt, das ist 30, die Höhe, da kann ich A auslesen, die ist 7 und die Höhe kann ich A auslesen, die ist 6 und dann haben wir ein Trapez, ein rechtwinkliges Trapez, ne, und so wieder, da habe ich quasi A plus C, das heißt, ich habe meine Fläche, ist da nichts anderes als A plus C, also 7 plus 6 mal die Höhe, A plus C, jawohl, 7 plus 6 mal die Höhe mal 30 halbe und jetzt rechnen wir das aus, ich habe also 13 mal 30 oder 13 mal 30 mal 15, wenn ich dann gleich kürze, ach, ich muss das immer alles klar machen, ich bin ein Ei ab, ja, also ich habe 13 mal 15, ich habe jetzt einfach die 30 jetzt gekürzt und dann kommt außer 195 als Ergebnis, jo, 195, das ist der Flächeninhalt, den ich suche, mehr ein Kubikmeter, aber das kommt jetzt da bei 3 ins Spiel, denn da steht jetzt, interpretieren Sie den Flächeninhalt in gegebenen Sachzusammenhang, geben Sie die zugehörige Einheit an. Was habe ich da jetzt gemacht? Im Prinzip, was mache ich beim Integral? Integriere das und rechne, wenn ich dann quasi aus, wenn ich es dann integriert habe, obere minus untere Grenze in die Stammfunktion eingesetzt, das heißt, V an der Stelle 8, ich gehe das da um hin, V an der Stelle 80, weil es eigentlich nur eine Erklärung ist, muss ich auch wieder unten hin, V an der Stelle 80 minus V an der Stelle 50. Das heißt, was rechnen wir da aus? Wie viel Holz quasi es mehr geworden ist zwischen den Jahren 50 und 80. Okay? Also im Intervall 50 bis 80, wenn man es so will. Das rechnen wir aus. Das heißt, die Zunahme an Holz beträgt die Zunahme an Holz beträgt zwischen 50 und 80 Jahren oder im Intervall 50 bis 80 zwischen 50 und 80 Jahren 195 Kubikmeter. Heute ist es von Kubikmetern die Rede pro Jahr und jetzt alles integriert. Das heißt, die Information mit den Jahren fällt jetzt irgendwie weg. Also Kubikmeter die Zunahme an Holz beträgt zwischen 50 und 80 Jahren 195 Kubikmeter. Fertig. Aufgabe 7 Stuttgarter Fernsehturm Der Stuttgarter Fernsehturm ist ein Wahrzeichen der Stadt Stuttgart. Okay. Wäre schlecht, wenn es von Berlin wäre. Es ist einer der ersten Türme mit Turmkorb. Das ist ein Turmkorb. Das kennt man vom Donauturm. Da hat man einen Turmkorb, da schießt man einen Lift auf und dann hat man da mal ein Restaurant, da kann man gut Chappi machen oder ein bisschen was auf und dann schaut man im Auge. Im Betrachter die Stadt, der dreht sich dann sogar. Mittlerweile gibt es sogar Rutsche im Wiener Donauturm. Aufgabe A Zur Bestimmung der Höhe H des Stuttgarter Fernsehturms wurde die nachstehende nicht maßstabsgetreue Skizze erstellt. Warum steht da nicht maßstabsgetreu? Weil ihr es sonst eventuell abmessen könnt. Das ist die Skizze und ich weiß mein Gamma und ich weiß mein Delta. Das heißt Delta ist immer 14,7 Gamma ist 36,1 und wir wissen der Abstand ist 100 Meter und die Höhe H interessiert uns. Wie könnt ihr auf die Höhe H kommen? Naja, ich brauche irgendwie die Länge da. Ich nenne es jetzt mal L. Wie könnt ihr auf L kommen? Sinussatz. Wird da der Ansatz sein. Dafür, dass ich Sinussatz brauche. Also ich habe quasi immer das Sinussatz raus. Schauen wir uns mal an, was wir da brauchen werden. Ich muss einem irgendwie, mit einem Gewirr, dass ich da irgendwie mal gelernt habe zurechtzufinden. Sinussatz ist quasi immer Seite durch gegenüberliegenden Winkel. Das heißt, gegenüberliegender Winkel von L ist der Sinus von Gamma. Das heißt, ich habe irgendwie L durch Sinus von Gamma. Das wäre einmal das, was ich brauche. Jetzt brauche ich aber noch eine Seite mit einem gegenüberliegenden Winkel und ich habe eine Seite gegeben 100 und der gegenüberliegende Winkel, den ich da habe, das ist der da. Den kenne ich jetzt aber nicht. Ich weiß halt irgendwie, naja, ich habe da, wenn ich da so gerade die Linie sehe, ist das Ganze 90 Grad. Das weiß ich. Das ist 90. Gut. Soweit sind wir uns glaube ich noch einig. Den Winkel da kenne ich irgendwie nicht. Das heißt, naja, irgendwie, wir sollten jetzt versuchen da auf den Winkel zu kommen. Wie könnte ich das am besten anlegen? Ja, ich weiß, ja folgendes, ich kenne dir eventuell mal den Winkel da oder noch besser wäre, schaut mal her, der Winkel da. Röcht das da um, ist irgendwie sogar scheiße. Der Winkel, der wäre irgendwie spannend. Wie groß der da ist. Weil, auf den kann ich nämlich kommen, weil das Ganze sind nämlich 180 Grad. Das heißt, ich kann hergehen und sagen, ich ziehe von 180 Grad einfach den Winkel Delta da ab. Das heißt, ich ziehe von 180 Grad 47,7 ab. Das wäre mein Ansatz. Das heißt, minus 47,7 ist 132,3. Gut, falls ich irgendwann mal habe, ich wundere mich so gern vertiebt. Genau, vor meiner Nase ist ein Mikro. Das heißt, das verdeckt ein bisschen die Sicht. Gut, 132,3. Das ist mal interessant. Das heißt, jetzt weiß ich mal den Winkel da. Und jetzt muss ich noch was wissen. nämlich diese fantastische Erkenntnis, dass ich in einem Dreieck die Winkelsumme 180 Grad habe. Und auf den Fuzi da oben komme ich, indem ich einfach hergehe und sage, gut, 180 Grad minus Gamma, das heißt, minus 36,1 minus, den ich mir gerade ausgerechnet habe, 132,3 und das, was übrig bleibt, ist der Fuzi da. Das heißt, ich habe 180 minus 36,1 minus 132,3 und das ist 11,6. Das heißt, ich weiß, der Fuzi habe ich es 11,6 Grad und damit habe ich da 100 durch den gegenüberliegenden Winkel, sprich, 11,6 Grad und jetzt kann ich das umformen, weil ich weiß, das könnte eigentlich ein Vektor, das ist ja Sinus von Gamma, also das ist das Sinus von 36,1 Grad und jetzt kann ich das einfach umformen, indem ich einfach hergehe und sage, ich rechne mal Sinus von 36,1 Grad und habe dann L ist 100 mal Sinus von 36,1 Grad durch Sinus von 11,6 Grad und wenn ich das mache, komme ich auf L und das machen wir jetzt gleich, das heißt, ich rechne 100 mal Sinus von 36,1 durch Sinus von 11,6 und sage Enter und kriege dann Aussage 293,01 schauen wir das mal hin 293,01 Meter das ist mein L das heißt der ist 203,01 und jetzt mache ich es leichter weil jetzt kann ich Sinus und Freunde anwenden im rechtwinkligen Dreieck mein Sinus soll ich da mal schauen können da war die Sinus im rechtwinkligen Dreieck weil wir haben da die Gegenkathete ist mein H das heißt der Sinus von unserem Delta da der Sinus von 47,7 Grad ist nichts anderes als H durch 293,01 form das wieder um H ist also Sinus von 47,7 Grad mal 293,01 und schauen wir aus wie H rauskommt das ist dann das Ergebnis das wir suchen und zwar Sinus von 47,7 mal 293,01 und außer Kommandor dann 216,71 216,72 wenn wir es runden Meter und das wäre also ungefähr 217 Meter wäre die Höhe vom Turm damit ist es auch erledigt können Sie mal googeln ob das stimmt als ob es wirklich so lang ist so lang so hoch Nummer B beim Bau des Stuttgarter Fernseitums wurde Beton verwendet die mittlere Druckfestigkeit des Betons in Abhängigkeit von der Trockenzeit kann durch die Funktion R beschrieben werden wir haben R von T ist A minus B mal C hoch D wir haben dann die Trockenzeit T in Tag R T ist die mittlere Druckfestigkeit Abhängigkeit von der Trockenzeit und A B C sind einfach Parameter wir haben da Abbildung gegeben in der nachstehenden Abbildung ist der Graph von R dargestellt und wir sollen jetzt mal als erstes die Parameter A und B berechnen und wenn ihr jetzt schaut unsere Funktion benäht sich quasi immer mehr 48,2 an und das ist eben genau das A das muss man suchen das ist 48,2 was eben die Funktion so wie schmückt und das B das muss ich mir jetzt irgendwie ausrechnen das B kann man wie könnte man das jetzt rechnerisch am einfachsten bestimmen naja was weiß ich von B das ist quasi mein Startpunkt da habe ich 0 als Zeitpunkt das heißt ich schaue mir irgendwie mal an R an der Stelle 0 was weiß ich schon ich weiß schon mein A das ist 48,2 und ich weiß jetzt dass ich davon B abziehe so B mal und jetzt rechne C hoch 0 weil ich für T ja 0 einsetze und alles hoch 0 ist 1 und ich weiß auch noch dass mein R0 2,6 ist das heißt ihr habt 2,6 ist 48,2 minus B das heißt ich kann mir das B jetzt ausrechnen indem ich einfach sage B ist 48,2 minus 2,6 das heißt ich habe plus B und minus 2,6 gerechnet und dann kommt auch so 45,6 für B das heißt das ist 45,6 so gut damit habe ich das erste schon erledigt Nummer 2 berechnen Sie mit Hilfe der O-Wing Abbildung den Parameter C irgendwie weil ich den Punkt da brauchen weil ich habe jetzt ja schon quasi zwei Parameter gegeben und ich brauche jetzt nur noch einen dritten und wenn ich jetzt her schaue kann ich sagen R an der Stelle 7 wissen wir ist 36,2 also wissen wir 36,2 jetzt eingesetzt ist nichts anderes als die bekannten Parameter 48,2 minus 45,6 mal unbekannter Parameter C hoch und T 7 jetzt habe ich eine Gleichung mit einer unbekannten und die kann ich lösen wenn ich sage solve 36,2 ist gleich 48,2 minus 45,6 mal ich schreibe jetzt x das ist immer leichter fairentauschen Rechner hoch 7 zack und dann kommt aus C ist 0 ich wollte einen gerundeten Wert nehmen ungefähr 0,826 0,826 das ist unser C gut begründen Sie anhand der Gleichung von R warum die mittlere Druckfestigkeit für D ging endlich immer näher auch der 40,2 annähert ich habe keine Zwangsicht mehr in der Abbildung aber das ist halt jetzt keine rechnerische Begründung natürlich was passiert im Prinzip ich habe ja R von T und wenn ich jetzt die Zollen einsetze habe ich 48,2 minus 45,6 mal 0,826 hoch T und wenn jetzt T immer man könnte es ja mit Werten probieren das ist jetzt einfach immer mehr größere Werte wie T 100,000 und so weiter dann wird es sehen dass das da immer kleiner und immer kleiner wird weil T ja unendlich geht und dadurch dass das da kleiner als 0 ist also da 0,826 kleiner als 1 ist geht geht der ganze der ich mache jetzt Sternchen geht Sternchen gegen 0 und dadurch dass das gegen 0 geht komme ich immer näher zu 48,2 das wird immer klein es wird natürlich nie 0 es geht gegen 0 aber dadurch dass der Ausdruck immer kleiner wird näher ich mir 48,2 immer näher und das war quasi die Begründung gut für ein für bestimmte jahre ist die jährliche Besucherzahl des Stuttgarter Fernsehturms in der nachstehenden tabelle angegeben die zeitliche Entwicklung der jährlichen Besucherzahlen des Stuttgarter Fernsehturms soll durch die lineare Funktion f modelliert werden also das ist eine lineare Funktion das ist immer wichtig und wir sollen stellen sie mit Hilfe der Regressionsrechnung das heißt wir sollen eine Regression machen wir dürfen zwei feste Punkte verwenden wir müssen eine Regression machen und die Punkte eingeben und als Startwert soll quasi T0 ist 2007 genommen werden ok wir dann probieren wir das einmal einzugeben und zwar es heißt wir brauchen da jetzt einen Taschenrechner für alle Fälle dafür wir müssen da jetzt Casio auf Statistik gehen Menü 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 Statistik ok ich bin jetzt der Fernsehkoch und habe einfach schon mal was vorbereitet weil ich schon mal durchprobiert habe natürlich 0 ist quasi der erste Wert 392 1.000 dann 2 Jahre vergangen das heißt da habe ich 2 284 dann 4 Jahre vergangen 9 Jahre vergangen 10 Jahre vergangen und die Werte gebe ich dann einfach an zuerst immer die T Werte merkt die x liste ist immer liste 1 wenn du das beherzigst quasi das T und die y liste ist quasi der Wert die Größe den ich habe die man sollte besuchen und den rest kann ich gleich lassen sage ich ok und jetzt spuckt mir die Sachen aus ich muss dann da oben hinschauen das heißt das heißt A und B das heißt mein K wäre quasi der Wert die 21.263 das wäre mein K K ist 21.263 und mein D ist wieder gerundet ungefähr 275.684 gut 275.684 das ist wirklich eine Regression das heißt da waren so Punkte und der hat für uns jetzt quasi anhand der Punkte die da irgendwie so sind keine Ahnung so irgendwie und der hat jetzt quasi angenähert an die lineare Funktion durchgelegt das ist eine lineare Regression eben auch gut das kann man eben nur mit Computer machen Nummer 2 ermitteln sie mit Hilfe von F dem prognostizierten Wert für die Besucherzahlen des Stuttgarter Fernsehsdurms für 2025 das heißt die Funktion f man kann es ja nochmal hinschreiben f von t ja genau ist nichts anderes als 21.263 mal t plus 275.684 jetzt setze jetzt setze jetzt setze ich in f einfach ein wie weit es bis zum Jahr 2025 ist von 27 bis 25 sind es 18 jahre das heißt ich setze da einfach 18 ein gut gehen wir wieder ja er zeichnet dann auch die Funktion da seht ihr das mit den Punkten nochmal das heißt ich setze ein sag 21.263 mal t das heißt mal 18 plus 275.684 und dann kommt aus verdiebt oder ah verdammt da jetzt 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 kommt aus 608 50 immer wieder verdiebt du passt das zu 276 18 21.263 62 es sollte eigentlich passen 685 418 685 418 das sind ungefähr die Werte die Haupte das heißt das ist das was ich 2025 das heißt noch 7 johr quasi hab gut schau mal weiter ich hätte jetzt mit den Kommazahlen rechnen können aber ich habe jetzt heute die Werte genommen das passt schon Aufgabe 8 jetzt aufpassen das ist jetzt mhtl1 das ist jetzt quasi der Cluster1 sprich zum Beispiel Hoch- und Tiefbau die anderen können dann gleich zu htl2 weiterspringen also Schwimmbad in der nachstehenden Abbildung ist die Grundfläche eines Spurs als grau markierte Fläche dargestellt wie seht ihr die Ansicht von oben der Kraft von W verläuft durch die Punkte Q und T das ist quasi die Funktion W ist so eine zangstückelte Funktion und das haben wir vorher schon mal gehabt bei den Grundaufgaben und die Funktion F geht an M von T nach R und wir sollen jetzt hergehen und einfach mit Hilfe der Funktion also stellen Sie eine Formel zur Berechnung des grauen Flächen Inhalts A mit Hilfe der Funktionen W F und P auf das Beste ist jetzt einfach mal zertalte das jetzt das ist quasi mein erster Teil und das ist mein nächster Teil heißt von da bis daher ist W relativ unbeeindruckt ich schreibe das jetzt nicht daher ich schreibe das jetzt daher das heißt A wir haben da das Integral von 1 bis 4 für die Funktion W von x dx der ist davon noch ein bisschen unbeeindruckt dann kommt da M jetzt dazu und jetzt muss man ein bisschen aufpassen grundsätzlich habe die Grenzen dann M von ich habe da jetzt von 4 bis 12 die Grenzen nein von 4 bis 8 weil da habe ich einen Übergang vorsichtig M von 4 bis 8 habe ich da die Grenzen und jetzt muss ich aufpassen weil jetzt muss ich von der Funktion W quasi die Funktion B abziehen das heißt ihr habt quasi W dx minus px weil ja quasi nur die Fläche dazwischen haben setz das nochmal in klammern dx dann kommt jetzt der teil dazu plus ich schreibe jetzt unten weiter Integral von 8 bis 12 und jetzt habe ich die Funktion w ah f sorry also f von x minus p von x tx dann habe ich den kleinen Teil da plus und jetzt alles was noch von der Funktion f ist m von 12 bis 16 geht und da habe ich nur f von x dx gibt natürlich auch kompaktere Varianten wie ich das schreiben kann aber das ist völlig in Ordnung als nächstes die Funktion f ist eine lineare Funktion sieht man da man sieht dass sie linear sieht es einigermaßen jetzt wird es deutlich bestätigt die Funktion w ist w von x ist dreimal die dritte Wurzel aus x zeigen sie dass die Funktion w und f die gleich in t die gleiche Steigung haben wie könnt ihr das jetzt machen ich schaue mir mal an was hat w für Steigung und was hat f generell für Steigung weil f ist eine lineare Funktion das heißt ich schaue mir mal für f die Steigung an ich suche mir wieder markante Punkte und zeichne mir Steigungs 3 an das heißt ich gehe von 8 bis 16 das heißt da habe ich 8 und und auf auf gehen da 2 das heißt ich habe quasi eine Steigung 2 8 das heißt ein Viertel das ist quasi meine Steigung für die Funktion f und jetzt ist mein k quasi gut die habe ich schon mal also k f schreibe da klein hin ist ein Viertel und jetzt muss ich schauen ob wirklich das ist überall Viertel eine sehr lineare Funktion das heißt das ist an der Stelle 8 Viertel und jetzt schaue ich mir das für W an und wie kriege ich für W die Steigung genannt der Stelle ich brauche die Ableitungsfunktion das heißt ich brauche irgendwie W an der Stelle X und jetzt kann ich natürlich in Casio eine rotzen sage jetzt mal oder ich weiß wie so Ableitungsfunktion quasi dann ausschaut wie ihr das dann angeht bleibt dann natürlich euch überlassen ihr könnt jetzt einmal hergehen und eben einfach die Ableitungsregeln sozusagen anwenden oder schreiben wir es einfach mal da im Casio nicht dass das wisst wie das funktioniert das heißt ich schreibe tief und schreibe jetzt hin dreimal die dritte Wurzel aus x und dann kriege ich sowas wie das also das würde ich einmal auf Standard umstellen und jetzt ist leicht jetzt muss ich das nur noch lesen können das heißt ich habe jetzt quasi als Lösung 1 durch x hoch 2 Drittel und x hoch 2 Drittel kann ich umschreiben also ich habe 1 durch x hoch 2 Drittel heißt die Zoll die im Zähler steht ist quasi meine Hochzahl das heißt x Quadrat und jetzt sollte im Nenner steht der sagt mir quasi wieviel die Wurzel ich habe das heißt ich habe 1 durch die dritte Wurzel aus x Quadrat und da gehe jetzt her und setze einfach 8 ein und wenn ich das jetzt mache kann ich einfach wieder daher gehen und ich kopiere mir das zum Beispiel und schreibe das jetzt daher und jetzt setze ich für x einfach 8 ein und dann kommt genau ein Viertel raus und wir sehen die Steigungen sind die gleichen und damit habe ich genau das gezeigt was ich zeigen sollen das war Nummer zwei Nummer drei berechnen sie die länge des jenigen teiles der umrandung der sich aus dem grafen der funktion w und f zusammensetzt das heißt wir hätten gern das da und Länge l wie komme ich auf die l fangen wir wieder mit leicht noch mit der linearen Funktion und ihr seht das ist ja quasi die hypotenuse die ich komme auf die indem ich einfach sage Wurzel aus Kathete zum Quadrat plus Kathete zum Quadrat und für die Länge der Funktion muss ich im Formel Heft so rat ziehen oder ich weiß was ist natürlich immer das leichteste Länge Betrag Vektor brauchen wir nicht Bogenlänge genau das was wir suchen ist das Graphen das heißt wir brauchen die Grenzwerte die wären m 1 bis 8 in unserem Fall und dann die Wurzel aus 1 plus die Ableitung von der Funktion an der Stelle x gut dann schreiben wir das mal so hin das heißt plus und jetzt 1 bis 8 in unserem Fall Wurzel aus 1 plus und jetzt Klammer zack wie Strich an der Stelle x zum Quadrat und da hinten ist ja noch dx dazwischreiben der Form halber gut aber so kann ich die Länge ausrechnen und das muss ich jetzt im Tauschenrechner eingeben das heißt man geht her und schreibt das eine wir haben Wurzel aus 8 zum Quadrat plus 2 zum Quadrat plus und jetzt im Integral Integral ist da mit den Grenzen 1 8 und jetzt Wurzel aus 1 plus Klammer auf und jetzt nehme die Funktion von da oben einfach ziehe die da eine mache Klammer zu hoch 2 und schreibt da hinten noch dx dazu und jetzt sollte das Ganze eigentlich gehen und es kommt aus 15 93 und was auf 2 noch kann man stellen 15 94 das ist dann die Länge die habe 15 94 Meter gut das wäre es quasi dann noch mal die Länge und als letztes noch Nummer 4 die Fläche zwischen dem Graphen der quadratischen Funktion P und X stellt die Pool bei einem Umbau wird die Pool neu gestaltet nun stellt die Fläche zwischen dem Graphen der Funktion Q und der X Achse die neue Pool und der Pool ist jetzt quasi in dem P X minus 2 einsatz das heißt ich verschirbe das Ganze da einfach das heißt das Ganze wird jetzt nach rechts um mich verschoben das heißt wo vorher quasi bei 4 die Nullstelle war ist jetzt bei 6 wo vorher bei 12 die Nullstelle war ist jetzt bei 14 und wo vorher eben bei 8 der Scheitel war ist er jetzt bei 10 und die Funktion soll dann eben so ähnlich wie die ausschauen und das ist dann schön worden wieder mal schaut dann ungefähr so aus einfach quasi verschoben als nach rechts verschoben durch das X minus 2 macht also muss man wissen quasi dass sie dann durch das noch rechts um mich verschirbt gut das ist die Funktion Q schriften es auch Q gut Antwort B ja Übung B gemäß der B der Hygieneverordnung muss die Konzentration am Freiben Chlor im Becken Wasser zwischen 500 Mikrogramm pro Liter und 1200 Mikrogramm pro Liter betragen ein quadrufärmiges Becken mit den Abmessungen 25m x 10m x 1,8m ist bis zum Rand mit Wasser gefüllt in diesem Wasser befinden sich 0,5kg freies Chlor überprüfen sie nachweislich ob die Verordnung eingehalten wird der springende Punkt ist da dass ich mir die Maßeinheit anschaue ich muss quasi Mikrogramm durch Liter berechnen das heißt quasi das was ich einschmeiße das Chlor durch die Fläche fahren wir mit dem Leichten mit der Volumen 25 x 10 x 1,8 jetzt muss ich aber aufpassen weil jetzt hätte ich das Volumen ja in Kubikmeter ich möchte aber in Liter unterwegs sein und dann muss ich wissen dass ein Liter an Kubikdezimeter entspricht und ich muss dann eben auch wissen wie von Kubikmeter auf Kubikdezimeter kommt nämlich indem ich mal 1000 oder mal 10 hoch 3 rechne wenn ich es gern mit Potenzen hätte gut dann hätte ich mal quasi das Volumen das heißt die Liter das dann nenne ich es einmal abdeckt wie komme ich jetzt quasi auf den Zähler ich muss einmal schauen gut ich wasche in das Ganze 0,5 Kilo ein gut jetzt hätte ich das Ganze aber gern in Mikrogramm wie komme ich also auf Mikrogramm ich mache das quasi in mehreren Schritten ich sage zuerst einmal wie komme ich auf Gramm das weiß ich noch ich rechne einfach mal 1000 oder mal 10 hoch 3 machen wir es jetzt gleich fancy und jetzt muss ich noch weiter auf Mikrogramm kommen und das kann ich da aber nachschauen Mikro Gramm Mikro und da sehe ich jetzt dass ich jetzt quasi 10 hoch 6 habe das heißt auch noch nicht minus 10 hoch minus 6 sondern ich gehe jetzt hier noch weiter Mikro ist ja nochmal quasi nochmal eine größere Zahl wenn ich gerade mit Mikrogramm angebe das heißt ich rechne nochmal mal 10 hoch 6 ich zahle ja quasi nochmal dann möchte ich noch eine kleinere Masseinheit eingeben 10 hoch 6 jetzt kann ich das Ganze noch weiter vereinfachen könnt ihr jetzt sagen gut die 0,5 da bohre ich mich mal 10 aus quasi und schreibe dann 5 mal 10 hoch 2 mal 10 hoch 6 das muss ich jetzt schon alles nicht mehr machen nur damit ihr euch auskennt warum das dann so im Löser ebentoll steht mal 10 mal 1,8 mal 10 hoch 3 und jetzt kann ich sagen gut ich fasse das da oben noch zusammen habe dann 5 mal 10 hoch 8 durch 25 mal 10 ich kann ja da viel Spielereien machen mal 1,8 was das vereinfachen angeht mal 10 hoch 3 ich kann ja da sogar noch kürzen aber ich würde es jetzt einmal dabei belassen weil eigentlich geht es sich ums Rechnen natürlich spart man es eben da wenn man es so zusammenfasst eine Rechenschritte aber mal 10 hoch 8 durch 25 durch 10 passt so jetzt ein bisschen auf ihr könnt es natürlich als 1 schreiben aber dann müsst ihr alles was im Nenner steht quasi in Klammer schreiben also Klammer auf 25 mal 10 mal 1,8 mal 10 noch 3 Klammer zu hier gibt es jetzt gleich extra durch 1,8 durch 1000 so jetzt haben wir 10 Neuntel das interessiert mich eigentlich nicht wirklich und jetzt kommt da raus 1,1 1,1 1 wenn wir nochmal schauen was wir da jetzt haben und ich habe da jetzt ein Mykogramm pro Liter jetzt müssen wir uns überlegen ob das jetzt quasi eingehalten wird und ich fahre gerade auf ich habe jetzt zweimal durch 1000 gerechnet das ist vielleicht eher schlecht also komme ich jetzt wohl jetzt raus das ist einfach nochmal mal 1000 und dann kommt eben 1000 Earth raus und das macht dann Sinn das habe ich mir jetzt kurz gestockt wieder mal wir sind live und das ist umgeschnitten 1000 Earth also ungefähr 1011 und was wir sehen wir halten das ganze ein weil 1011 ist da zwischen den gesuchten Werten also 500 ist 1011 kleiner 1200 und somit sehen wir dass das ganze eingehalten wird gut viel Rechnerei für nichts eigentlich in dieser Verordnung wird die Menge an Wasser die pro Stunde ausgetauscht werden muss als sogenannter Förderstrom Q bezeichnet für eine bestimmte Bauart vom Schwimmbecken gilt Q ist A durch F mal B plus 3 mal M wobei das eine die Wasserfläche ist das andere die N ist die Anzahl der Benutzerplätze muss das auch immer ist wurscht das ist jedenfalls größer als 1 der Förderstrom und das andere sind einfach nur positive Faktoren gut aber der Förderstrom Q ist direkt proportional zu N naja direkt proportional heißt immer als eine Funktion quasi wenn ich habe F und X ist K mal X oder Y ist K mal X das heißt das müsste da Null sein damit das irgendwie geht das kann aber nicht Null sein die Wasserfläche wird nicht Null sein die wird positiv sein das heißt das fällt einmal weg der Förderstrom Q verdoppelt sich wenn sich A verdoppelt das würde auch nur gehen wenn das quasi das da Null wäre aber geht auch nicht das ist per Voraussetzung ja größer als 1 dann hätten wir eben so genau also direkt proportionale Geschichte das geht aber nicht weil das ein positiver Wert ist das heißt das fällt dann A weg dann der Förderstrom Q wird kleiner wenn B größer wird also das heißt der Förderstrom wenn B größer wird dann wird das A durch A durch X habe ich da in dem Fall aber auch nicht aus dem gleichen Grund wie vorher weil irgendwie was mit Plus noch da ist und das fällt damit auch weg und der Förderstrom Q verdoppelt sich wenn H halbiert wird ja das haut auch nicht ganz hin weil eben da wieder der ist mit 3 mal N ein bisschen der Spülverderbe ist das heißt das geht auch nicht du schaust die Nummer 3 ist die richtige so Nummer C dann ist HTL 1 mal fertig die Aufenthaltsdauer der Gäste im Saunabereich eines Thermalbades kann als annähernd normal verteilt angenommen werden die nachstehende Abbildung ist die zugehörige Verteilungsfunktion F wenn du zur Verteilungsfunktion hast einfach nee das so mit stehen angehen wird dann werden die einfach immer weiter wachsen das ist dann eben so was irgendwie was dann immer mehr steigt das hat man bei Prinomialverteilungen und so gesehen und am Ende muss es einfach 1 sein und das sehen wir eben da und wir sollen jetzt hergehen und den Graphen der Dichtefunktion skizzieren denkt man es muss immer irgendwie eine Glockenkurve sein und ich sehe mein Maximum also meinen Erwartungswert den habe ich irgendwo da das heißt da muss irgendwo die Spitze der Glocke sein und symmetrisch soll sie dann auch noch sein das heißt das wird irgendwie so gehen und da auch und das wird jetzt eben symmetrisch sein das heißt wir sollten da ungefähr gleich sein das heißt irgendwie so muss das ausschauen das muss dann irgendwie eine Glockenkurve mehr geben jetzt sehe ich da kommt eben dann schon ein bisschen was dazu und dann bei 4 kommt eben noch mehr dazu und dann kommt da noch ein bisschen was dazu ich glaube wenn es im Prinzip eine Glockenkurve ist reicht das ist ein bisschen scheiße zum skizzieren sage ich ganz ehrlich die Aufenthaltsdauer die Aufenthaltsdauer der Gäste in einem Erlebnisblatt ist annähernd normal verteilt mit dem Erwartungswert µ ist 5,8 h und die Standardabweichung µ ist 1,2 Stunden wir schauen uns jetzt eine Stichprobe n von 9 an und uns geht es jetzt um den Stichprobe Mittelwert das heißt wir schauen wieder mal ob wir den Stichprobe Mittelwert irgendwie finden damit wir wissen was wir da circa machen müssen der ist da und man sieht schon wenn ich mit dem Stichprobe Mittelwert arbeite dann muss ich da mit mein Phi so damit ich quasi mein neues mein neues Standardabweichung kriege mit E dann doch gleich rechnen muss gehe ich quasi her und rechne 1,2 durch die Wurzlers n das heißt ich rechne 1,2 durch 3 und das ist 0,4 das ist quasi dann mal angepasst mal an die Anzahl der Stichprobe angepasst ja mal angepasst naja Standardabweichung jetzt habe ich es und jetzt gehe ich her und gebe das einfach ein mit Norm CDF und sage meine untere Grenze ist 5 meine obere ist 6 dann 0,4 ich vergiss immer was ich jetzt erst angeben muss aber es muss halt die 0,4 sein und mein Erwartungswert ist 5,8 und dann kommt aus als Wahrscheinlichkeit 0,6687 das heißt P zwischen 5 kleiner gleich jetzt geht es quasi um die warte mal wie ich mir das jetzt richtig es geht quasi genau um das x² und 6 damit man das auch schön hinschreibt und ist dann ungefähr 66,9% das ist quasi die Wahrscheinlichkeit dafür ja das ist so klassische wie so oft mit Kompetenz sind da Wahlen ich muss dann einfach wissen wie ich das richtig in den Taschenrechner eingeben wo ich meine Informationen herkriege falls das nicht habt es geht ich wollte auch nicht unter gut das wäre Teil 1 von der HTL Matura für die die wahrscheinlich jetzt nicht weiterschauen werden danke fürs Zuschauen falls es euch geholfen hat lasst mir ein Like da abonniert es es werden auch weitere Videos kommen wir sehen uns so welcome back HTL 2 sprich Informatika was ist denn da noch ich glaube Bauingenieure ja Maschinenbauer ja eigentlich die ganzen coolen Sachen hoffentlich schauen die anderen nicht mehr zu aber es wurscht wir gehen zur Pilzkultur die Masse einer bestimmten Pilzkultur kann während der ersten 120 Stunden nach Beobachtungsbeginn näherungsweise durch die Funktion m in Abhängigkeit der Zeit t beschrieben werden t ist die Zeit nach Beobachtungsbeginn mt die Masse der Graph der Funktion ist ordinatenlogarithmisch ein Koordinatensystem dargestellt das heißt ich bringe jetzt quasi meine Potenzfunktion da in eine lineare Funktion um die Sachen einfach besser darstellen zu können und man sieht ich habe da jetzt quasi immer 10er Potenzen 10 hoch 1 10 hoch 2 10 hoch 3 und genau das ist der Ansatz den ich da habe 10er Potenzen ich habe da 10 hoch 1 also wird da einfach 10 hoch 0 sein was nichts anderes ist als 1 das ist nämlich das erste was wir da machen müssen gut und ich habe schon gesagt ich habe da ja quasi jetzt eine Exponentialfunktion wie ausschaut wie lineare weil sie eben so logarithmiert ist und kreuzen sie die Gleichung der Funktion m an deren Graph der oberen Abbildung dargestellt ist naja wir sind jetzt nicht oben wir sind jetzt halt links und wir schauen jetzt einfach gut was ist doch so eine Exponentialfunktion quadratisch tys a b hoch t das schaut gut aus die anderen du hast es genau Quadrat Sinus Entschuldigung geh weg und das Sinus geh weg und das ist abletzend naja es ist wirklich die Exponentialfunktion und das ist eben genau t da gut damit ist das a erledigt Nummer 2 und berechnen sie die Parameter a und b dieser Funktion schauen wir uns das einmal an wie kennt ihn auf die Parameter kommen ich brauche irgendwie a ist mein Umfangswert wie könnt ihr auf a kommen ich kann und ablesen weil was weiß ich die Striche da werden zwar immer schmäler aber die kann ich quasi durch durchzahlen ermitteln in dem Fall hätte ich eben da 1 also da ist 1 2 3 4 5 6 7 8 9 und da geht es dann eben in 100er Schritten weiter das muss ich dann eben wissen in 10er Schritten weiter da wird dann 20 30 40 und so weiter und da wird dann eben 100er Schritte das ist eben genau der Unterschied das ist eben das Logarithmierte und ich muss eben wissen das darf mich nicht stören dass die gleich groß sind die Schritte da und mein a lange Rede kurzer Sinn ist einfach 2 und wenn ich jetzt dann weiter schaue ist das einfach mein Startwert und jetzt kann ich da ihn einsetzen weil jetzt kennt ich mich quasi jetzt muss ich mir irgendwie mein b ermitteln und mein b wie kriege ich das am besten her weil dazwischen schauen ist immer ein schaß ich schaue mir einfach den Endwert am besten weil das ist wieder ein schöner Punkt und wie ich euch vorhin gesagt habe jetzt da geht ein schön 100er Schritten weiter da 10er da 100er Schritte das heißt ich habe da dann 200 sprich ich weiß wenn ich da m von 120 mir anschaue habe ich 200 das heißt 200 ist nichts anderes als mal a also zweimal b das möchtet ihr wissen hoch 120 und wenn ich das jetzt eingebe löst mir das freundtaschenrechner solve 2 2 mal und jetzt x hoch 120 ist gleich 200 und jetzt kriege ich für x zwei Werte aus und es steigt ja das ganze G-Nakel da das heißt das ist da naja wird es die negative gehen sowieso nicht es ist einfach der positive Wert natürlich 1 macht das Sinn mit dem Steigern das heißt es muss größer als 1 sein 1,039 nehmen wir den da also b ist 1,039 und jetzt kennt ihr die Funktion dann noch in ihrer ganzen Pracht hinschreiben muss ich zwar nicht aber mt ist zweimal 1,039 hoch t damit hätte ich m meine Exponentialfunktion gut gehen wir zu b weiter die momentane Änderungsrate der Masse einer bestimmten Bildschulkultur kann für für bestimmte Zeitraum durch die nachstehende Differenzialgleichung beschrieben werden das schaut eben so aus und dann haben wir ein paar Informationen um was was ist t ist Zeit nach Beobachtungsgebien mt ist die Masse und das ja das andere ist einfach das sind positive Konstanten und wir sollen jetzt die zugehörige homogene Differenzialgleichung zu derer da angehen und die homogene Differenzialgleichung zeigt einfach aus ich habe da den homogenen Teil das ist der wo meine Funktion dabei steht also meine m und dann ist noch der partikuläre Teil das ist meine a und das a da das muss eben 0 sein das ist eigentlich schon der homogene Ansatz dann das heißt ihr habt dm dd ist nichts anderes als a ist 0 das heißt du hast es einfach weg minus Lambda mal m das ist auch mein homogener Anteil der partikuläre Teil fällt weg ähm gut Nummer 2 jemand behauptet dass mt a mal e hoch minus Lambda mal t eine Lösung der Differenzialgleichung ist und wir sollen das jetzt noch weißen ob das richtig oder falsch ist ähm wie mache ich das ich muss auch natürlich wissen ich muss wissen dass das quasi das gleiche ist wie das da sprich das ist einfach eine andere Schreibweise für die Obleitung ergo brauche ich irgendwie die Obleitung von m und mt haben wir ja da gegeben und die Obleitung von mt ist nichts anderes als naja das Lambda ist quasi bleibt noch t ab das heißt der Faktor kommt runter von der Hochzahl das heißt ihr habt minus Lambda mal a sind nur Faktor der ändert sich nicht und das e bleibt gleich minus Lambda mal t das ist mein m Strich gut und jetzt gehe ich her und setze m ein da ist ja mein m Strich haben wir vorher gesagt das heißt ich setze für das einfach ein minus Lambda mal a mal e hoch minus Lambda mal t ist gleich a minus und jetzt gehe m quasi weiter und jetzt setze ich m Lambda lasse ich noch gleich natürlich und jetzt setze ich für das mt was ich da habe da steht mir ja nur m aber das heißt eigentlich mt einfach das ein was ich habe nämlich a oder was behauptet wird a mal e hoch minus Lambda t und wenn man jetzt genau schaut könnt ihr die Umformen probieren irgendwie msd da wenn es passt außer kriegen 0 ist 0 das heißt mein Ziel ist irgendwie alles zu vernichten wenn man schaut da und da steht genau das gleiche das heißt ich rechne mal plus Lambda mal a mal e hoch minus Lambda t und was hat das zur Folge tschüss tschüss das heißt t zwar fallen weg und es bleibt übrig 0 ist a so jetzt kriege ich aber quasi was ganz so spezielles aus ich hätte gerne 0 ist 0 das a ist noch immer irgendwie da und das ist arsch das heißt das ist ein Widerspruch weil es soll sowieso eine positive Konstante sein das a das steht einfach in fundamentalem Widerspruch zu dem was ich habe weil ich möchte eine allgemeine Lösung haben und das passt dem einfach nicht und damit ist die Behauptung falsch gut das war Nummer 2 Nummer 3 eine Lösung dieser Differenzialgleichung für eine bestimmte Anfangsbedienung bei t ist 0 lautet m von t ist 1000 minus 998 geben sie diese Anfangsbedienung an ja ich weiß m an der Stelle also mt wäre allgemein aber ich möchte es jetzt an der Stelle 0 haben das heißt ich setze für t einfach 0 ein 1000 minus 998 mal e hoch minus Lambda mal 0 das heißt ich rechne e hoch 0 quasi weil das wird 0 und alles hoch 0 das ist einfach 1 das heißt ich rechne 1000 minus 998 und das ist 2 und das war quasi die Anfangsbedienung gut das war Nummer 3 Nummer 4 interpretieren sie das Ergebnis der anwiegen Berechnung in gegebenen Sachzusammenhang wir haben quasi da wir integrieren das m von t und kriegen dann außer das ganze ist 400 Mikrogramm das heißt wir haben da quasi die Masse der Pilzkultur und integriere das ganze jetzt das heißt was kriege ich da quasi außer ich kriege ich habe da einen Durchschnitt ich kriege dort außer quasi eine Masse und dividiere d jetzt quasi durch den Zeitraum von t1 bis t2 das heißt ich habe die durchschnittliche gesamte Masse im Intervall von t1 bis t2 die durchschnittliche oder die durchschnittliche Gesamtmasse die durchschnittliche Gesamtmasse weil das quasi integriert das ist meine Masse oder ja das ist quasi meine Masse die durchschnittliche Gesamtmasse im Intervall t1 t2 wichtig ist dass da im Durchschnittliche vorkommt weil ich eben quasi durch den Zeitraum dividiere und quasi was für ein Zeitraum das ist die durchschnittliche Gesamtmasse im Intervall t1 bis t2 ist 400 das könnt ihr noch dazu schreiben 400 Mikrogramm gut ja das ist quasi nicht so schlecht passt berechnen zu Beginn zu Beginn der Beobachtung beträgt die Masse einer bestimmten Pilzkultur 1,4 Gramm jeden Tag verdoppelt sich die Masse der Pilzkultur das heißt über Verdoppelung und wenn ich Verdoppelung habe das heißt ihr habt zuerst 4, 8, 16 2, 30 4, 60 zum Beispiel und so weiter ist es eine Exponentialfunktion das heißt ich habe wieder irgendwas mit a mal b hoch t und es verdoppelt sind immer das heißt der Faktor den ich habe also das b ist einfach 2 und zu Beginn bla 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 sind 1,4 Gramm das heißt das ist 1,4 das heißt ich habe quasi 1,4 mal 2 hoch t das ist die Funktion die ich habe so in den einen nennen sie einfach f f von t ist 1,4 mal 2 hoch t also mein Anfangswert dann den Faktor hoch t und wir sollen jetzt ausrechnen berechnen sie nach wie vielen Tagen nach Beginn der Beobachtung die Masse dieser Pilzkultur erstmals mehr als 7 Kilogramm beträgt das heißt wie wir wissen wann erreichen wir 7 quasi und dann gebe ich einfach eine größere Zahl an oder eine größere ganze Zahl dann bin ich am selbsten gut weil es geht ja um Tage das heißt solve 7 ist gleich ja na komm her 7 ist gleich 1,4 mal 2 hoch x und wenn ich das jetzt löse dann kriege ich do m als Ergebnis außer ich muss aufpassen ich habe gerade eine kleine Frage gemacht und zwar aufpassen da ist von Kilogramm die Rede Kilogramm das heißt ihr habt da 7000 das heißt ihr habt nicht 7 sondern 7000 und wenn ich mir das jetzt ausrechne kommt dann auch so 12,287 das heißt t ist ungefähr 13 Tag dann bin ich ganz sicher darüber das wäre die Lösung dieser Aufgabe meine Lieben wir sind auch am Ende von HTL Teil 2 angekommen auch an euch die Bitte wenn es euch gefallen hat wenn es euch geholfen hat lasst mir ein Like da ein Abo da es werden noch mehrere Videos kommen es kann euch davon wieder dazukommen aber ich möchte schon noch vor der Matura noch vielleicht zumindest das Jahr 2023 komplett machen ja dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend guten Morgen Mahlzeit was auch immer ihr gerade macht wir hören uns im nächsten Video alles Gute für die Matura falls ihr jetzt schon gleich ansteht und wir sehen uns im nächsten Video macht es gut Baba